Weiter geht's! Ja, heute spielen wir gegen Fulham. Und ja, ich bin gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Und ja, schauen wir mal. Ah, erstmal werden wir schon einsetzen hier und dann geht's ab, ne? So. Mal ein paar Freak-Kicks hier. Und so nämlich. So. Da kannst du jetzt auch mal losgehen. Offensiv. Konter. Jetzt höre... Ich höre einfach die Fenster nicht. Das ist aber sehr, sehr komisch. Oh, das war ganz an der Grenze. Ganz. Er hat mal Glück, dass er nicht gepfiffen hat. Okay. So. Unten auf Zueres. Wird nix. Natürlich nicht. Ähm. Da irgendwie noch hinkommen. Ne. M-m. So, Flanker. Oh. Ja. Zvettigol. Sehr schön, Parker. Glückwunsch. Können wir auch gerne mal zwetten. Oder wir machen den hier. Na, kommt nicht an. Schade. Okay, jetzt liegen wir zurück. Nicht so schön. Aber egal. Packen wir schon. Irgendwie. So, ich grätsche einfach mal wie ein Bekloppter. Na. Muss er. Ah, da komme ich so nicht durch. So, unten. Spürt er hin. Gleich lang. Genau. Jetzt will er wieder warten. Mhm. Kämmt man schon alles. Kriegt er noch einen Einwurf. Alter, wie oft soll ich denn noch A drücken, damit er passt. Kein Passkamm. Wunderbar. So. Einmal ganz lang. Musa. Musa. Ne. Wird nix. Sterling. Oh. Mann. War da noch irgendjemand dran? Ich weiß es nicht. Ne. Okay, dann können wir. Konter. Team Pressing. Sehr offensiv. Irgendwas muss man ja hier mal erreichen. So, Musa startet wieder. Jetzt wollte ich auch mal zwenten. Da war der Pass aber nicht stark genug. Beziehungsweise nicht perfekt. So. Wollte ich warten und dann auf Zuhörer schwingen. Ach, Mann. Na ja, das pfeift er wieder. Lächerlich. Lächerlich. Dass überhaupt so ein Quatsch gepfiffen wird, ey. So, Sterlings. Äh, Barkali meinte ich. Hab ich versprochen. So, Pogba jetzt mal mit einer Flanke. Und da ist das. 1 zu 1. Musa mit dem Kopf. So. Kann gleich mal weitergehen. 1 zu 1. Sehr gut. Oder 1 zu 1. So. Ey, da rennt aber auch niemand zum Ball. Das ist unglaublich. So, komm weg damit. Sehr gut. Schön auf Zuhörer. Aber er kann wir den Ball nicht behaupten. So. Unten wäre ich eigentlich in Schmörer. Da läuft niemand mit. Zuhörer ist. Oah. Och, der wäre weinah noch reingegangen. Schade. Auch schöne Grätsche. Das war nicht ein schöner Pass. So. Barkali mit einer Flanke. Oah. Hier ein Traumpass gewesen. Aber halt nur im Traum. Also. Muss man noch ein bisschen dran pfeilen. Damit sowas mal klappt. So, Parker geht jetzt durch. Ist natürlich kein Abseits. Ist ja typisch. Oh Mann ey. Weg damit. So. Sterling. Alter. Diese Ballsch... Äh. Diese, ne. Schwäche halt. Dass er nicht den Ball behaupten kann. Das ist... Einfach nur grauenhaft. Aber es ist ja eh gleich halb Zeit. Von daher. Aber trotzdem das. Das geht einfach nicht. Jetzt kriegen sie noch einen Eckball. Oh ne. Ein Glück hat sie noch einen Kington. Und dann... Was das? Oh ne. Alter Weg damit Ey, das Sag mal, wie lange wollen die denn überhaupt noch Wie lange will die überhaupt weiterspielen lassen? Alter Jetzt pfeift er ab Hätte ich auch nochmal kuntern können Lächerlich, ey, lässt er da 5 Minuten Oder so und dann nachspielen, das geht mal gar nicht So Zuberes, ne, geht nix Ich hab das schon mal online mehrmals Hinbekommen, so ein Kram da Also Machbar ist es So So So, man muss mal mit nach hinten Wieder Irgendwie Oh 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 Ei, ei, ei Ab mal vor, ne So, zuhause Alter Das gibt's nicht Dass man so leicht den Ball verliert Und gerade noch einer wie zuhause Ey Oh Oh Fehlpass Und dann noch sowas Die Spieler passen nicht dahin, wo ich den Ball, äh, wo ich den Ball hinhaben will Das ist einfach lächerlich Die spielen irgendwo hin, wo man den gar nicht haben will Und so hat man noch nicht mal die Möglichkeit irgendwie was hier hinzubekommen Aber das ist halt, ne Seht ihr ja Schön gemacht von EA So, legt er sich doch nochmal hin Ja Was war das für ein Pass, ey Und dann so Was ist denn das für eine Kretsche, Mann Der muss doch mal zum Ball gehen und nicht vom Ball weg Ja, wird der Torwart nochmal gefoult Genau Mhm Wird auch nicht gefiffen Ist natürlich klar So Gut, Santos Ne, wird nix Wurde auch gefoult Aber wird vom Schiedsrichter nicht anerkannt Natürlich Wenn ich hier einmal den Spieler berühre Dann ist es gleich Foul, Rot Freischuss, Elfmeter Mhm Macht der Gegner das? Ja, das ist natürlich Das ist natürlich super Ah, siehste Abseits Also bleibt gleich stehen Und ich werde auch gerne mal wechseln Äh So Und dann So Weiter Jetzt muss ich irgendwie mal den Ball kriegen Weil wir müssen ja mal wieder gewinnen So Das hier aber auch niemand mitläuft Das ist komisch Sterling Sterling Nee Hält er natürlich locker So Ja Das war wieder so ein schöner Traumpass, ey Ach man Ah man So 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 ein Pass kann Äh, kann natürlich auch mal in die Hose gehen So Sterling 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 mit der Flanke Kommt sogar noch an So Das trifft die Ball nicht Santos jetzt mit einem Schuss Aber Auch wieder Kein Problem für den Torwart Das gibt's nicht Ich kann da B drücken wie ich will Der schießt einfach nicht Das kann so nie sein So Zuhörer ist Pogba Hätten jetzt den Ball niemand So Irgendwie nochmal nach vorne kommen Ah Das war's Das war's Das war's Ich seh's schon kommen Ja Es bleibt aber 1 zu 1 Naja Immerhin keine Niederlage Aber ein schönes Spiel war's auch nicht Muss ich nochmal ein bisschen An der Aufstellung Dran feilen Und dann sollte das nächste Mal Besser laufen Naja Bewertet doch das Video Und dann sehen wir uns Im nächsten Part wieder Also Bis Dann